sehr gegrüßt zu einer neuen folge und it's gigantic ich vergar das wort nicht ein ähm ja wir spielen in einer Runde Onkel Sven ich habe eine Mission mit ihm ich wollte ihn aber in der einen Runde jetzt nicht schaffen aber er ist in der Free Rotation ich spiele ich zum ersten mal habe die Mission mit ihm und ich habe das Bild vor mir liegen wie ich ihn bauen muss aber also welche Fähigkeiten ich skillen muss sollte ob es sein muss ist etwas anderes man sieht rechts natürlich hier sehr gut die Leiste hier ne OBS freut mich total ähm ja ist halt momentan noch so gegeben kann ich momentan noch nichts dran ändern äh ich habe die Aufnahme jetzt schon weil ich gleich direkt loslaufen muss ja oder vorhaberlos zu laufen um da den äh den Punkt da vorne dazu einzunehmen und mal gucken was der so kann der Herr ne ich schließe mir jetzt nicht vor was der kann also schließe ich mir jetzt nicht durch was er kann ich laufe muss einfach direkt loslaufen also sonst verschwindete Zeit bei Shots of War du hast noch 30 Sekunden Zeit oder bei LOL kannst du noch hast auch noch genug Zeit bis du auf deiner Lane bist bist du halt ähm die Kontrolle über das Schlachtfeld ja ja wißt du was ich was wo bin bist guck mal relativ langsam vor kleiner Mann hier was das ist ja schon einer öp zum Beispiel was das für eine Fähigkeit ist hallo woher will der hin was macht der denn hier ist ein bisschen hier ja obwohl er noch getroffen ja also hiermit äh meine Stämme äh mit äh Rechtsklick ja vergifte ich mit der E kann ich heilen und mit der Q kann ich halt hoch springern in dem Feld ich werde jetzt gleich skillen hallo hallo na komm Sven gegen Sven ah Rüstungsteam walken ist ja richtig nice Rüstungsteam werde ich dann wieder noch instant wie gesagt ich schließe mich nicht durch was macht der der Tito boing Zito schmissen so ich würde gerne skillen ja ich kann aber geradezu gar nichts weil die extrem aggressiv sind die Gegner guck mal der Tito zum Beispiel hier der ist ultra aggressiv er ist tot ich hab Level 3 ich muss auch kurz gucken wo ich skillen muss und zwar einmal hier unten mit der Breit an mir ab und das Observationsmatrix und hier kommt dann rein eines äh anderen Hüter so so sieht bei mir immer aktuell das Bild aus ich hasse das skillen ne also muss ich ehrlich sagen skillen hätten sie echt viel besser machen können oh ich habe falsche Tasse gerückt das war ultra nice das war ultra nice muss man ehrlich sagen point escape chance gegeben einmal heilen dann halt nicht viel dann muss man sagen ich bin der Reiz verließt euch alle aber course zerbrochen bitte was bitte was bitte was bitte was bitte was bitte was also da ist der Schlagert der würde noch rumlaufen Wo ist nichts zerbrochen? So, wir können angreifen gehen. Ich würde es noch gerne schaffen. Wir müssen halt da. Wo ist nichts zerbrochen? Ich heile auf einmal eine Heilung darunter. Wenigstens mache ich hier was. Nochmal, also Rüstungsteuer berechnen hier. Ich mache zwar so gut wie gar keinen Schaden. Auf Reichweite. Ja, aber wenigstens habe ich was getan. Ich weiß gar nicht, wo der Rest war des Teams. Fähigkeitspunkte habe ich keine. Jetzt habe ich einen. Was muss ich denn machen? Üble Säure. Oh, die Maus hier oben. Üble Säure. Ursache zusätzlichen Schaden. Machen wir direkt mal. Was ist denn hier? Kleiner Drache. Kann ich gar nicht aufwerten. Weil ich den nicht habe. Er ist dabei, eine Kreatur zu verbessern. Vernichterst sie, bevor sie fertiggestellt wird. Was? Was war das? Was kam denn da angeflogen gerade? Was? Dass der den so schnell verbessert. Wenn ich einen verbessere, dann ist er dort das übertrieben lange. Boing. Kann man ein bisschen runterwerfen. Vielleicht läuft da ja gerade zu viel jemand drum. Genau wie der hier. Boing. Der Drache. Der liegt los. Okay, oder auch nicht. Also jetzt bin ich eher am Arsch, weil er hier runterkommt. Alter, der Tito heißt, der geht immer. Riecht auch ein Keks. Riecht auch 6-1. Wagt der L0-2-0-0. Der ist jetzt von 0. Ich habe nicht mal das Vorlagen gemacht. Ich bebombardiere den die ganze Zeit. So. Da hat man einen Kill gestealt. Alter, will die mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, was meine Ulti ist. Ne, jetzt da vorne ist noch einer. Da vorne ist noch einer. Ah, zu weit. Wie aggressiv. Ah, schade. Start, ich könnte weiterwerfen. Wer kann denn allgemein werfen? Das ist so der Burner. Was, wo kommt der denn schon wieder her? Wo ist er zerbrochen? Freut mich aber. Ich bin mir gerade relativ wenig hier. So. Ich treffe extrem schlecht. Weil ich irgendwie das sehr schlecht hier einschätzen kann. Ich habe es ja keine Ahnung, was meine Ulti ist. Ja, ich habe sie einfach mal aktiviert. Wow, gegen die Wand geworfen. Das Ding abprallt oder so. Da ist er. Vor allem her. Der Tokayl ist tot. Hürde ich gerne einen Skillen kurz. Und zwar. Gerade gar nichts. Ich werde jetzt mal alle sterben. Ich bin ja irgendwie in der Krütze gefangen. In der Säure anscheinend. Jetzt kann ich schon hohe skillen. Alter Schwede, ist das anstrengend. 3, 2, 1 Kontakt. Da muss ich nicht mehr schauen. Okay. Doppelte Dosis haben wir hier. Doppelte Dosis. Und was haben wir noch? Das andere. Starke Medizin. Hier unten. Hier wahrscheinlich relativ auf Supporter los. Aber der war echt extrem weit geworfen. Ah, nein, da ist zu weit. Ha. Ist trotzdem reingelaufen und dann instant gestorben. Der war nice. Und noch ein Fähigkeitspunkt. Und zwar Gesundheitsglanz oder so ist das? Ich kann es relativ schlecht lesen, weil es ultra klein geschrieben ist. Auf dem Papier. Ich habe es halt ausgedruckt. Bam, der ist genau reingesprungen. Aber leider viel zu wenig Schaden. Oh, der hat sich getroffen. Der hat auch getroffen. Alter. Ich bin ein richtiger Schütze. Ah, verpiss dich bitte. Oh, der hat sich getroffen. Oh, der hat sich getroffen. Nice. Ja, ich werde langsam warm. Wurstungsverbrochen. Easy. Ja, ich stehe 3, 3, 6. Na, ist schon mal viel besser als 0, 2, 0. Der kleine Onkel Sven. So, wir sind angriffspereit. Wir sehen schon. Ne, er kreift noch gar nicht an. Müssen wir mal aufpassen. Die läuft einfach durch. Warum nicht? Äh, bitte nicht. So. Keine Angreifen. Äh, ja. Verpiss dich mal bitte mit deiner scheiß Granate. Äh. Was, ist schon fertig? Ich meine, aber schnell. Wie ist denn sonst hingelaufen? Wo ist das überhaupt ein Kollege? Ja. Ja, ein bisschen, äh. Hat er Clash begonnen? Nee. Ja, ich muss mal gucken, was die Ultim macht. Kann ich überhaupt. Ähm, Clados projektivverwandte Gegner im Mod Tigras. Ohne Fähigkeit. Ah. Was ist das? Aber man hat ja gar keinen Schaden. Bräuch also nicht. Stufe 7. Ich muss noch kurz gucken, wo ich das skillen muss. Starke Medizin hatten wir. Ausdauernde Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Das hier unten. Denn Fertigkeiten kosten weniger Aussage. Will ich mal so... so... ...raten. Bin ich bad in dem Game hier. Ich bin noch lange nicht so bad, wie wir pflanzenden Zombies. Gun Warfare 2, ja. Da war schon einiges. Wer hätten das da? Keine Ahnung. Boom! Okay, ich hab gar nichts getroffen. Du solltest besser aufpassen. Wieso wirft der denn so komisch den Berg hoch? Grüß uns erworben. Alter, die Scheißimani steht irgendwo. Da steht irgendwo ne Imani. Ich hab leider nicht gesehen, von wo die Stahl hinten steht sie. Alle will hier vorne noch kämpfen, ne? Die wollen alle noch hier vorne kämpfen. Du hast uns zerbrochen. Easy. So, kurz heilen. Fühligkeitsboost. Aber jetzt geht's aber richtig gut, da wir einfach extrem überrannt worden sind, weil die Gegner so aggressiv waren. sieht gerade sehr gut aus. Da kommt noch ein bisschen... Okay, machen wir halt den hier. Die Gegner sind außerdem nur noch so 3rd, oder waren die von Franz so 3rd? Weiß ich gerade gar nicht. Wir sind jetzt noch gerade 4. Das Problem ist... Das Problem ist... Es hat keiner gelieft oder so. Das Problem ist einfach... Das Problem ist einfach nur, dass die Leute aus dem Spiel rausfliegen und nicht mehr verbinden können. Also das ist kein Problem. Also die Leute verlassen das Game nicht, sondern die disconnecten halt aus Versehen und können nicht zurück-connecten. Ja, Mist. Wie gesagt, ich unterschätze... Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie ich hier... ähm... werfen muss. Ich hätte sie gerne was. Ich bin einfach verkrüppelt, aber habe eine relativ schnelle Escape-Chance. Boah, 336er Heilung. Okay, wurde doch zusammengezählt, ne? Auch eine sicher. Ist die alte. Ah... Ultra anstrengend zu erraten, wo man hinschießen muss. Ah... Er ist reingesprungen. Er bekommt gut Schaden auf jeden Fall. Ich habe auch keine Heilung für dich. Tut mir leid. Ah... Daneben geworfen. Bin ich bescheuert. Gibt's doch gar nicht. Ich werfe die ganze Zeit daneben. Wo ist denn gerade gebrochen? Guck mal, wie ich werfe. Läuft doch komisch. Ja, zack. Ich heile mich mal kurz noch ein bisschen hier. Warum greifen? Keine Ahnung. Ich verstehe es gerade nicht. Hier. Da. Ich bin mal euren Keks. Jetzt habe ich ihn verwandelt. Weil ich nicht weiß, wer ich meinen Punkt machen soll. Ich glaube, zuletzt geskillt. Ähm... Zünderflüssigkeit müssen wir skillen. Hier oben Feuerkoll. Wollen wir brennen für 30 Sekunden. Nice. Ja, ich würde gerne wieder leben. Der mit dem Todes-Timer ist auch eine kuriose Geschichte. Das ist eine sehr kuriose Geschichte. Da muss man mal drauf achten, wenn man tot ist. Ob der auch wirklich richtig perfekt runter zerrt. Oder tut er nämlich meistens nicht. Oder tut er öfters nicht. Manchmal bist du früher wieder da. Manchmal bist du doch noch länger tot, als es da steht. Das hat auch nichts mit Level zu tun. Ah... Enttäuscht mich nicht, Kollege. Alter! Wo ist die denn? Ach, da oben. Wow, ist das die Ernst? Nein! Okay. Er hält mich halt auf Range. Kann so was machen. Mann, derzeit den hier. Oder auch nicht. Weil der visiert mich gerade an. Der Kollege. Ich glaube, was machen gerade. Wir müssen noch mal warten. Aha. Wann haben wir denn da? Na toll. Versuche ich ihn irgendwie so einen Schritt zu werfen. Ich habe auch gesehen, das falsch gemacht. Alter, die Scheiß-Ulti von dem, ne? Der Rivade tobt. Hätten uns eben beendet, würde der Rivade jetzt nicht toben. Der Schlaumeier. Ja. Aber die Haltung ist schon krass. Muss man sagen. Wo ist denn der hin? Kleine Stier. Ah, toll. Das habe ich geworfen. So von 9. Und läuft auch in Erinnerung. Da vorne. Erledigt. Wie verstehe ich denn jetzt? 5, 5, 11. Ach, bad. Ich habe einen Skillpunkt. Und zwar, den setzen wir rein. In Säureflex. Säureflex. Und? Äh, häufiger werfen. Okay. Das heißt, das andere. Vitalität. Helden. Ja. Stufe 9. Jetzt noch die Ulti-Skillen. Ulti machen meistens zuletzt. Warum auch immer. Wahrscheinlich deswegen, weil... Äh... Man hat zu spät geworfen. Hau rein. Wahrscheinlich, weil man die Punkte halt meistens eher dafür... Na, wird er mich verarschen. Weil man die Ulti meistens dafür verwendet, ähm... Ja. Das macht man. Müssen wir noch eins... Einen Kill müssen wir noch machen. Dann können wir angreifen. Dann können wir das Finish. Ja. Ja, guckst du blöd, wa? Wollen wir das jetzt beenden, bitte? Danke. Why not? Wir hätten es ja eben schon beenden können. Aber nein. Die wollten ja nicht Verdienste. Ich hab 13 Vorlagen. Ich hätte 25 gebraucht mit ihm für die Quest, für die Mission. Äh... Der unter Tito 19. Gegnerin Tito 21. Also Tito ist, ähm... Ja... Tito Main. Anscheinend wie es aussieht. Wow. Haben wir nochmal gut gerettet von 0, 2, 0... Auf 5, 6, 13. Aber wie gesagt, ist Ultraspiel. Wenn du einen... Du kannst davon nicht abschätzen, wo der jetzt hinwirft. Also... Ist leicht anstrengend, der ganze Spaß. Und ja. Wo haben wir hier? 13 vor 25. Nice. Haben wir eben gespielt. 22 von 50. Habe ich eine Runde schon mal gemacht. Ja, reichen mit Xenobia. Level 10 habe ich leider nicht. Ist nicht nur Rotation drin. Ah, ja. Ja, Ultimani hat mir eben gespielt. Habe 15 vor 50 abzelt schon gemacht. Und das war's für diese... Die alte Folge. Und damit verabschiede ich mich. Und sage, haut rein. Vielleicht sieht man sich. Vielleicht sieht man sich auch nicht wieder. Man weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal.